hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video bei projekt milliardär ja heute geht es um aktien die zuverlässig dividende ausschütten warum ist das ein wichtiges thema im moment gibt es kaum zinsen auf kapitalanlagen so dass viele leute ja rendite suchen und deswegen in immobilien oder auch aktien investieren es ist auch nachvollziehbar dass manche sagen dividenden sind der neue zins ich sehe das ein bisschen anders kann man auch mal in einem anderen video verarbeiten das thema aber es ist schon irgendwo logisch dass leute aktien vor allem suchen die eine gute und zuverlässige dividende ausschütten es gibt aber ein problem und zwar gucken viele nach der dividendenrendite und die ist teilweise bei aktien die stark im kurs verloren haben enorm hoch aber ob die auch zuverlässig ist im vergleich zu den letzten jahren oder jahrzehnten das sieht man auf dem ersten blick nicht und da gibt es ein kleines tool was ich kurz vorstellen möchte in diesem video was euch da vielleicht einen anhaltspunkt geben könnte gucken uns das direkt mal an ja und zwar hat sich seit einigen jahren und jahrzehnten ein gewisser david fish darum gekümmert akribisch von allen amerikanischen aktien die dividenden und die dividenden rendite und sonstige fakten einfach festzuhalten und regelmäßig zu veröffentlichen und diese listen werden david fish listen genannt und zwar auch ccc listen david fish selber hat von 1949 bis 2018 gelebt und hat diese listen ja kreiert oder erstellt und ccc ist die abkürzung für champions und challengers und contenders das bedeutet er hat listen unterteilt in aktien die seit mehr als 25 jahren dividenden an die anleger ausschütten in den challenger listen gibt es dividenden seit zehn bis 24 jahren und bei den contenders sind dann fünf bis neun jahre minimum und ja von daher die drei c's leuten dann ccc liste und da kann man unternehmen filtern und sich verschiedene sachen angucken ausschüttungsquote und sonstiges ich muss dazu sagen am anfang wenn man sich diese liste anguckt wird man schon ein wenig erschlagen david fish selber ist ja gestorben wie es jetzt gerade auch erfahren habt 2018 es gibt aber einen nachfolger der sich bereit erklärt hat diese listen weiter zu führen und das ist justin law der macht das weiter diese liste kenne ich jetzt nur für den amerikanischen raum nicht für asien für europa oder sonstige kontinente wenn ihr da irgendeine liste habt die so ähnlich funktioniert wie die david fish liste dann schreibt gerne mal in die kommentare wäre für uns alle wahrscheinlich sehr interessant ja wo habe ich diesen artikel gefunden unter smartinvestor.lu einfach mal gucken aber es gibt sehr sehr viele texte und artikel über david fish und seine liste ja wo kriegt man jetzt diese liste her ich bin jetzt hier auf der seite drip investing.org da gibt es die tools die man braucht und hier ist die liste hier steht auch das update datum wann die letzten listen überarbeitet wurden und hier kann man sich die ganze geschichte in excel oder in pdf anzeigen lassen ich habe das schon mal runtergeladen weil es relativ lange dauert bis sich die liste öffnet zumindest bei mir ich habe jetzt auch nicht mehr den schnellsten rechner und das schnellste internet hier aber gucken wir uns das ganze mal in einer excel liste an ja wie versprochen ist die liste erstmal sehr unübersichtlich aber ich denke wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt dann findet man die für sich interessanten themen relativ schnell hier unten die reiter die sind relativ wichtig hier sind die champions die contenders und die challengers dann eine liste wo alle drin sind und noch weitere interessanten interessante fakten kann man hier erfahren ja wie ist die aufgebaut also wir haben hier links in der spalte die firmen um die es geht den ticker also die kurzformen der firma selber der sektor in welchem die firma arbeitet also beziehungsweise die industrie um was es geht zum beispiel jetzt hier sehen wir AT&T nehmen wir das mal als beispiel relativ bekannt für die lange tradition die dahinter steckt und auch für die momentan hohe dividendenrendite ist auch ein klassischer fall dafür dass man sagen kann das liegt unter anderem auch daran dass der kurs so runter gegangen ist in den letzten jahrzehnten und ja da sehen wir dass es ein unternehmen aus der kommunikation ist ja weiter geht es in der spalte hier und das ist für mich die wichtige spalte hier kann man sehen dass die dividende seit 36 jahren erhöht wurde ja man kann hier noch viel viel mehr fakten raus lesen der aktuelle preis wobei ich aber jetzt sagen muss dass es eine ältere liste hier steht das datum 30 6 2020 also ist jetzt nicht deutlich zu alt aber für jetzt dieses video ist es ein ausreichendes tool aber man müsste halt immer mal wieder gucken ob es aktuelle listen gibt also das heißt den preis der ist natürlich nicht tagesaktuell bei mir jetzt hier in der liste ja dividendenrendite zu dem zeitpunkt als ich die liste runtergeladen habe lag bei 6,88 prozent und wenn ich das richtig verfolgt habe liegt die sogar momentan noch ein bisschen höher aber wie gesagt guckt auch da genau auf den preis ja die spalte hier ist auch relativ interessant payouts pro jahr also bei den amerikanern ist es ja oft so dass die vier mal im jahr also quartalsweise auszahlen aber hier könnt ihr euch auch mal angucken nach firmen zum beispiel hier die ist ja auch relativ bekannt die zahlt quasi monatlich hier reality income corporation die monthly dividend wie sie sich auch nennen und so kann man diese liste mal durchgehen ihr seht die meisten zahlen viermal im jahr ja wir waren eigentlich bei 80 die habe ich jetzt ein bisschen aus den augen verloren da unten sind sie wieder ist aber auch eigentlich uninteressant jetzt nur auf diese eine firma zu gucken es geht ja um den aufbau der liste ja das hier ist auch noch ganz interessant payout also wie viel wird überhaupt ausgeschüttet und ja ex dividenden tag ist auch angegeben also viele fakten die man beachten kann wenn man sich für dividenden interessiert und wir können jetzt noch mal ein bisschen umblättern hier zum beispiel ist mir aufgefallen das proctor and gamble schon seit 64 jahren die dividende erhöht und ja mein neueinsteiger im depot pepsi ist auch gut dabei mit 48 jahren coca cola ist auch irgendwie mit vorne dabei die liste da muss man wirklich auch mal die suchfunktion quälen wenn man einen bestimmten wert sucht aber hier sind auch viele bekannte firmen dabei also universal zum beispiel ist auch schon lange ein stetiger dividenden zahler aber universal nicht die filmfirma sondern hier eine firma aus dem tabaksektor wahlgreens ist auch schon lange dabei walmart also auch exxon ist natürlich vorne mit dabei auch von der dividendenrendite aber ja ölgeschäft ist im moment nicht gerade gefragt ja gucken wir uns noch kurz die contenders an also die die irgendwann mal champions werden wollen hier haben wir dann natürlich deutlich niedriger ja niedrigere jahreszahlen kann man natürlich auch sortierfunktionen oder filterfunktionen in dem fall verwenden um sich das absteigend oder aufsteigend anzuzeigen oder anzeigen zu lassen ja gucken wir nochmal bei den challengers rein die haben ja noch weniger dividenden historie sage ich mal aber hier haben wir zum beispiel auch eine apple die seit neun jahren die dividende erhöht app wie ist auch mit dabei auch sehr spannend und ja da kann man sich natürlich auch ein bisschen auf die lauer legen weil das sind ja sozusagen die verfolger die irgendwann mal eventuell wenn alles gut läuft in die champions liste rein wollen eine lange dividendenrendite bzw dividenden historie vorweisen wollen und die sich stark überlegen werden ob sie die dividende wirklich kürzen und dann aus sämtlichen listen wieder rausfliegen würden also da kann man auch sagen vielleicht steige ich jetzt trotz des guten kurses im moment bei apple ein und habe vielleicht in den nächsten 30 40 jahren einen dividenden zahler der regelmäßig seine dividende erhöht ja ich hoffe das video hat euch gefallen ich könnte natürlich jetzt hier drei stunden über diese excel liste sprechen ich würde einfach sagen guckt sie euch mal an sind sehr interessante fakten drin guckt auch immer mal nach der neuen version wie gesagt ich habe jetzt für dieses video damit schneller ist die variante von meiner festplatte geladen ich habe es nämlich im ersten videoschnitt versucht die liste herunter zu laden live quasi bei der aufnahme das hat relativ lange gedauert und das wollte ich euch nicht antun soll ja auch nicht langweilig werden für euch wenn ihr das video guckt also von daher immer nach der neuen version auch mal gucken gebt dem video gerne ein like wenn ihr da einen nutzen draus ziehen konnte abonniert gerne den kanal und ja viel erfolg bei euren investments wir sehen uns beim nächsten video und ich wünsche euch bis dahin alles alles gute